Wir freuen uns sehr, Sie heuer erstmals unter dem Namen Okuma Austria hier an der Messe Wels der Intertool begrüßen zu dürfen. Uns gibt es schon seit über 30 Jahren in Österreich, aber im neuen Kleid wollen Sie uns ganz speziell die Kunden und Interessenten speziell im oberösterreichischen Raum hier begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns, dass wir unsere Punktstücke, die Multus B200 und hier vorne die Genus M560 5-Achsig unseren interessierten Kunden und Interessenten zeigen zu dürfen.